Willkommen auf der Saadogs. Heute habe ich einen Film für euch und zwar Calamity of a Zombie Girl. Zombies sind toll, Girls natürlich auch. Deswegen mal schauen wie der Film wird. Ich glaube es sind jetzt nicht so viele Extras drin oder gar keine Extras. Wollt ihr es mal durchsehen, ich habe es mal kurz geflogen, aber wieder vergessen. Der Film erscheint hierzulande bei KSM Anime, soweit ich weiß. Ich habe jetzt noch nicht auf Anime Planet geguckt, zumindest im normalen Laden gibt es nur diese normale M-Ray-Version. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn es davon doch noch was Besseres gibt. Da werde ich mal gucken, ob ich das da vielleicht auch nochmal besorge. Ja, Zumbie Girls macht euch bereit. Hier sehen wir schon Extras sind nur Trailer und Bildgalerien, also digitale Extras. Dann das Bildformat ist 16 zu 9 Full HD. Der Ton ist in beiden Sprachen 5.1, also Deutsch und Japanisch. Und er geht ca. 80 Minuten, also etwas weniger als 1,5 Stunden. Und Deutsch und Rundersindl sind auch noch mit dabei. Dann haben wir hier die Disc für euch schon mal. KSM Werbung, bühe ich mal kurz beiseite. Und das Ganze hat dann noch ein Wendekover. Ohne FSK Flatschen und da das Video so zu kurz wäre, gucken wir nochmal rein. Plume Into You möchte ich mir eigentlich auch bald holen. Ja, dann hier ist Werbung zu dem Film. Läden werde ich euch den jetzt auch mal zeigen. Das müsste Gold zum Panzer, das Finale müsste eigentlich auch bald langsam weitergehen. Und was ist das? Läuft das nicht aktuell? Muss ich mich mal kundig machen. Das sagt mir jetzt noch nichts, ich habe nochmal auf Instagram ein paar Bilder gesehen und hätte ich schwimmen können, dass es dieser Charakter war. Die Säle ist total an mir vorbeigezogen. Ja, dann bedanke ich mich für euch fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.